Ich muss sagen, ich hatte Lust auf irgendwas mit Mathe, irgendwas mit Chemie und irgendwas Interdisziplinäres und das ist es gewesen. Also an der Fakultät für Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik ist das Besondere die Vielfalt. Wir haben viele eigenständige Institute mit Forschungsschwerpunkten, die sich sehr stark voneinander unterscheiden und davon profitieren auch unsere Studierenden. Ich würde den Studenten, die Interesse haben an Verfahrenstechnik, technischen Umsetzungen von Prozessen, den würde ich empfehlen nach Karlsruhe zu gehen, weil wir hier eben unsere Stärke haben und ihnen hier die beste Ausbildung bieten können. Im Master hat man sehr viele Optionen, wirklich in dem Gebiet sich besser einzuarbeiten. Man bekommt nirgendwo anders so eine breite Auswahl an Vertiefungsfessern. Unsere Auswahl ist ja gigantisch. Ich hatte am Anfang Schwierigkeiten auszuwählen, was ich machen will. Und wir haben ein sehr sehr gutes Betreuungsverhältnis. Mittlerweile sind die Gruppengrößen so wie kleine Klassen, also sind 20 Studierende auf einen Professor, Professorin. Man merkt, dass die Doktoranden und die Professoren Interesse daran haben, dass man etwas lernt und dass man auch sich für ihr Fachbegriff weiter interessiert. Ein Professor ist sehr süß, der twittert immer, wenn die Leute in seiner Gegend ihre Öfen zu Hause anmachen wegen der Feinstaubbelastung. Das ist herrlich, das macht Spaß. Ich denke, wir sind durch die Forschungs- und Anwendungsnähe wirklich auch sehr attraktiv, was glaube ich auch den Zuspruch durch die Studierendenzahlen belegt wird. Ein Highlight bei uns an der Fakultät ist die Biolig-Anlage. Und das Besondere an dieser Anlage ist, dass es eine Anlage schon im Technikumsmaßstab ist. Und das ist natürlich für den Verfahrenstechniker sehr, sehr spannend, weil man die einzelnen Anlagenkomponenten auch schon in großem Maßstab erleben kann. Was müssen Studierende mitbringen? Rein prinzipiell Bachelor und Master sollten sie Spaß an mathematischen Methoden mitbringen und Motivation, neue Produkte und auch nachhaltigere Prozesse zu entwickeln. Allgemein würde ich sagen, dass man schon ein technisches Interesse braucht. Einfach offen sein für Neues. Viel Ehrgeiz, denn man wird Rücksätze haben im Studium, was ganz normal ist, weil es kein einfacher Studiengang ist. Aber wenn man den Ehrgeiz hat, und wirklich etwas dann im Endeffekt macht, was dir Spaß macht, merkt man, dass das Durchhaltevermögen sich am Ende wirklich auszahlt. Wenn Sie Bioingenieurwesen oder Chemieingenieurwesen studieren und Sie schließen das Studium mit Ihrem Master erfolgreich ab, dann werden Sie in der Lage sein, unsere Gesellschaft weiter voranzubringen. Karlsruhe ist eine relativ große Studentenstadt. Also es hat schon sehr, sehr viele Studenten. Das heißt, man findet immer irgendwie Anschluss. Wir haben gute Lehre hier, wir haben coole Profs, wir haben coole Leute, die hier studieren. Einen schönen Campus. Hier ist schön. Diese Stadt bietet alles, was eine große Stadt auch hat. Es ist aber klein und kompakt. Man erreicht alles mit dem Fahrrad und man muss nicht eine halbe Stunde erst mal Bahn fahren. Hier findest du Forschung und wirklich Praxis sehr eng miteinander verknüpft. Alle Professoren waren meiner Meinung nach immer in irgendeiner Branche auch wirtschaftlich tätig. Und diese Verknüpfung mit hoher Kompetenz und Praxisnähe, ich glaube, ist wirklich etwas, was das KIT besonders gut vermitteln kann.